Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin es wieder euer Jesse und ich dachte mir, ich mache euch mal ein genau solches Video, weil die Anfragen immer häufiger werden. Habe ich mal ganz kurz für euch die Release Daten zu Diablo 2 Resurrected, Diablo Immortal und Season 24 einfach alles in einem Video gepackt. Dann wisst ihr nämlich gleich Bescheid, wo wir alle stehen. Fangen wir mal ganz von vorne an. Zuerst, es gibt keine offiziellen Release Daten, obwohl das sehr sehr viele schreiben. Aber es wird natürlich viel spekuliert und das Ganze ist nicht ganz unbegründet. Möchte ich mal dazu sagen, wir beginnen mit Diablo 2 Resurrected. Ich werde jetzt nicht irgendwas auf die E3 referenzieren, sondern wir fangen mal mit die Sachen an, die wir wirklich haben. Auf Reddit wurde behauptet, Diablo 3 Resurrected, Start 23.09.2021. Jetzt ist das nicht ganz falsch. Natürlich könnte jeder schreiben, kann ich auch tweeten. Und jo, zu Halloween kommt Diablo 2 Resurrected. Das wäre nämlich meine persönliche Meinung gewesen. Fakt ist aber, dass der, der das geleakt hat, der hat doch schon praktisch Diablo 4 vorhergesagt. Der hat die neue Klasse in Diablo 4 vorhergesagt und und und. Also es ist ein sogenannter Gaming Insider. Das bedeutet die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten zutreffen. Er hatte bis jetzt sehr sehr häufig recht. Das kann schon durchaus sein. Also 23.09. notiert euch das Diablo 2. Man weiß jetzt nicht ganz genau, basierend auf den Reddit Post, ob wir jetzt von einem Beta, Official Beta Start sprechen oder von einem Official Release. Ich persönlich würde eher auf das Release tendieren, weil die zweite Testphase wird ja so eine Alpha Testphase von Diablo 2 Resurrected sein. Die wird sicherlich noch im Sommer im Vorfeld kommen, weil sie müssen ja die Daten sammeln. Sonst wird das Ganze zu knapp. Also Diablo 2 Resurrected Ende September. So ungefähr kann man sich das mal hier eintragen. Das Ganze dann gefolgt von Diablo Immortal. Da gibt es ja eigentlich noch gar nichts dazu. Außer die Bestätigung an die Aktionäre, dass Diablo Immortal zum Ende des Jahres hin noch released wird. Weil natürlich klingelt es dann in der Kassa. Bedeutet also ich persönlich sage, Diablo Immortal kommt im Dezember. Könnt ihr gleich notieren. Passt von den Abständen her super. Du hast ganz Ende September dann D2R. Dann können die Leute das ein bisschen spielen. Community aufbauen. Und dann geht es im Dezember direkt mit Diablo Immortal weiter. Auch von dem Zeitstrahl, nennt man das jetzt so? Auch von dem Zeitstrahl, ich habe zu viel Loki geguckt, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Auch von dem Zeitstrahl her ist es so, Diablo 2, Diablo Immortal, was die Geschichte zwischen die 2 und die 3 schließt. Die 3 ist dann da und nächstes Jahr irgendwann die 4. Das ist ein anderes Thema. Als extra habe ich für euch noch die Season Startdaten, Moment, aufgeschrieben. Musste ich nochmal rüberschauen. Am 9. oder 16.7. startet dann Season 24. Mit diesen ätherischen Waffen und und und. Jetzt kann man natürlich sagen, alter Jesse, wie kommst du auf die Zahl? Ganz einfach, am 17.6. startet der BDR. BDR läuft 2 Wochen. Dann gibt es 1-2 Wochen Pause, so wie immer. Oder in 90% der Fälle. Und dann startet die neue Season. Also für euch, den Sommerurlaub und sonstiges, da könnt ihr ungefähr mal hin spekulieren. Und wenn nichts schief geht, wenn das Ganze mit den ätherischen Waffen nicht funktionieren sollte und der BDR sich um eine Woche oder zwei verlängert, dann schiebt sich das dementsprechende Ergebnis hinten natürlich auch ein bisschen raus. Davon würde ich jetzt aber nicht ausgehen. Also Fakt ist, am 9. schrägstrich 16.7. könnt ihr mit Season 24 rechnen. Diablo 2. Resurrected und Diablo Immortal hatten wir. Nicht vergessen, am 31.8. ist New World. Das bedeutet eigentlich ab Ende August mit New World, circa ein Monatsspiel mit Diablo, Resurrected, Diablo Immortal. Eine Season muss da auch noch irgendwo dazwischen sein. Also Ende des Jahres hin habt ihr dann relativ wenig Zeit und müsst ihr dieses Gesicht dann relativ häufig ertragen. Könnte schlimmer sein, könnt eure Spekulationsdaten noch gerne in die Kommentare schreiben oder denken, dass das Ganze oder eure Meinung kundtun, so das wollte ich sagen, eure Meinung kundtun, glaubt ihr die Daten stimmen, habt ihr bessere Daten, dann kann ich die im nächsten Video verwenden. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, wenn der BDR startet, ist das Ganze natürlich wieder live in den Streams. Und jetzt bin ich raus.